Grüß euch Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Seducer 2. Einen schönen Sonntag euch allen. Heute geht's weiter, hier in Kapitel 6, auf der Suche nach einem One-Night-Stand. Und ich bin halt echt gespannt, weil bis jetzt haben wir eigentlich immer die Paar-Konstellationen so mehr oder weniger gesehen. Außer hier, hier haben wir Richard nicht gesehen, sondern nur sie hier und die andere auch nicht. Aber hier haben wir die Paar-Konstellationen gesehen, hier, auch wenn er so ein bisschen verdeckt ist, hier haben wir die Paar-Konstellationen gesehen. Und hier, hier sehen wir jetzt nur zwei Frauen. Ich frage mich halt jetzt echt, ob wir als Frau spielen oder ob einfach Richard mit den beiden flirtet und halt schaut, mehr oder weniger, welches Obst vom Baum fällt. Das ist ein sehr seltsamer Vergleich, aber ich glaube, er trifft die Sache eventuell ganz gut. Und wie dem auch sei, ich würde sagen, ich habe wieder meinen kleinen Guide dabei. Und ja, würde sagen, wir schauen rein. Kapitel Instruktion. Luis geht heute weg, um Spaß zu haben. Hilf ihr, den richtigen Mann zu finden und ihn ohne Verpflichtung abzuschleppen. Ziel, flachgelegt werden. Das heißt, wir spielen tatsächlich mal als Frau. Und ich bilde mir ein, erinnert ihr euch, ganz, ganz am Anfang gab es ja so eine Art, ganz kurzes Intro von Richard und Charlotte, wo die beiden halt ein paar Worte zu dem Spiel verloren haben. Und ich glaube, eine der Sachen war auch, dass sie gesagt haben, wir haben auch Kapitel, wo man als ethnisch diversifiziert spielt, was wir definitiv schon gemacht haben und glaube ich, bilde ich mir ein, sie haben auch gesagt, dass man als Frau spielen wird. Und das könnte halt natürlich genau das jetzt sein. Ich würde sagen, wir machen keine großen weiteren Umschweife und schauen einfach direkt rein. Ja, bin jetzt gespannt, wie es so ist, wenn wir jetzt hier als Frau spielen. Wahrscheinlich sind die Entscheidungen genauso schwer und seltsam und lustig wie sonst auch. Aber, let's see. So, what do you think of that Bob? Ja, he's nice, he's nice. He's a possibility, I think. But, I don't know, I'm looking for something else, you know? Big plans for the night. I'm definitely ready to have some fun. Here's to that. Alles klar. Ich weiß übrigens noch nicht, wen wir spielen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier die Linke spielen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, wie wir uns verhalten. Schau sauer, als ob du schwer zu kriegen wärst. Okay. Geh zu einem Typen und greif seinen Schwanz, um soziale Dominanz zu zeigen. Die Antworten sind genauso, als ob sie Richard geben würde. Also ich glaube, die schenken sich da jetzt hier nicht viel, nur weil wir das andere Geschlecht spielen. Lächle viel und schau dich um. Ich meine, sonst wäre es ja, falls die Antworten jetzt hier deutlich Tamer wären, also Zähmer. Zähmer, sagt man das so? Egal. Auf jeden Fall, dann wäre das ja auch so ein bisschen sexistisch. Lächle viel und schau dich um. Frag laut. Also gibt es ja auch richtige Kerle. Oh, wow. Wow, okay. Hier gibt es drei falsche Antworten, also wirklich rot falsche Antworten und eine richtige. Aber ich glaube, die lustigste ist auf jeden Fall die hier. Was ist falsch mit diesen Männern? Fuck it. Männer wie strong, independentinnen. Watch. Security! Wow, security! Ah, sorry, she's my friend. We were just having fun. You guys, I'm sorry. I like that one. I think you can find a bit more of a classy, sophisticated way. It's not Ladylike. Ah, okay, und den, ich nenne sie jetzt mal Dance Moves entsprechend von ihr, ist sie jetzt auch nicht so viel, sagen wir mal, wie kann ich das formulieren, sozial eloquenter oder, sagen wir mal, in ihrer Ausdrucksweise reifer, in ihrer körperlich, also in ihrer, es gibt ja hier, genau, Gestik, in ihrer Gestik reifer als Richard. Finde ich übrigens schade, dass wir von ihr jetzt keinen Namen haben. Ich meine, Richard kennen wir, Charlotte kennen wir, wir haben Mammut, wir haben sogar von dem, von Richards Chinesisch-Lerner-Freund den Namen gehört, ganz am Anfang von dem, aber egal. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, das kann natürlich auch ganz lustig werden. Ja, ich weiß, ich sage immer, ich mache nur eines, ein Falsches, aber komm, scheiß drauf. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Das, was ich tut? Sind du realistens Nissan? Du willstuma來討st, auch. Lasst die Leute nehmen? Ja, ich louste nicht! Im Realistens! Du bist ein Realistens! Na gut. Wie er so, also wie Richard das jetzt hier überhaupt nicht abkann, dass er dafür mehr oder weniger auf den Kieger genommen wird von den Typen, dass sie Bullshit macht, aber sie erinnert mich so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, gerade von dem Verhalten her und von dieser Übertriebenheit her, zum einen an Richard natürlich, aber weil sie halt auch eine Frau ist und so vom Make-up nicht so ganz unähnlich schaut und mit dem Kleid an Caroline Kebekus. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ein bisschen eine Ähnlichkeit hervorruft, aber ja, mir fällt übrigens gerade auf, in meiner kleinen Sammlung hier, mit meinem kleinen Cheat-Sheet hier mehr oder weniger, ist das hier aus irgendwelchen Gründen die Entscheidung 2, also 0-2 Choice, 0-2 How to Behave und es gibt keine Choice 1, was irgendwie seltsam ist, aber ja, genauso wie das Spiel. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt natürlich, weil es halt nur falsche Antworten, nur rote gibt, auch was das Richtige ist, aber wir wollen ja auch hier vorankommen. Ja. 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 Ja, ja. 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 Cool, so normally women that are looking to be approached more will kind of look every time someone new comes into the bar they'll make eye contact more and they'll be less interested in their friend and more interested in what's going on in the venue Yeah, I absolutely agree they'll be wanting to be more open and be in the center of the room so they can be approached more Finde ich auch geil, dass die Untertitel jetzt kommen nachdem die Szene mit Richard und Charlotte gehört war Oh, deine Körpersprache von Angesicht zu Angesicht Offen in den Raum gewandt Oder sitz mit weit gespreizten Beinen auf dem Barhocker Hm, okay, es gibt eine Es gibt eine, die ich auf jeden Fall hier schon mal ausschließen kann und die ist tatsächlich auch eine falsche Antwort Weil, ich meine, wenn das ein Mann macht, heißt es ja Manspreading Aber ich glaube, wenn das eine Frau macht, ist es einfach nur weird Und wenn das eine Frau macht, heißt es ja, es gibt eine Frau Und wenn die Frau macht, heißt es ja, es gibt eine Frau eine Frau macht, ist es amitiativ Und wenn sie auf jeden Fall ist, heißt es ja, es gibt ein Frau I think I need to go to the toilet. I know, we're going to go to the toilet. Damn. Sexy, not sexy, wrong choice anyway, yeah? Totally wrong choice, not sexy. Yeah, this ain't sexy either, though, is it? Ja, ähm, also ich würde sagen, wenn ich so jemanden sehen würde, würde ich jetzt auch eher in die andere Richtung schauen und wahrscheinlich auch gehen, weil, ähm, ja, wir belassen das einfach mal so. Ich glaube, jeder kann sich grad denken, seinen eigenen Gedanken. Okay, ähm, das war hier eine, die falsche Antwort. Jetzt ist die Sache, jetzt können wir zum ersten Mal wirklich wählen, von Angesicht zu Angesicht oder auf deine, was heißt denn deine Körpersprache? Also, sitzen mit Beinen auseinander ist Körpersprache. Aber was ist denn von Angesicht zu Angesicht eine Körpersprache? Vielleicht, dass man zu einem hingeht und dann quasi genau in die, quasi zehn Zentimeter vor seinem Gesicht ihn anstarrt? Ähm, das wäre allerdings wahrscheinlich eine falsche Antwort. Also eine ganz falsche, also wird damit irgendwas anders gemeint sein. Offenen Raumgewand hört sich allerdings gut an. Da ich nicht weiß, was das bedeutet und sich das wirklich gut anhört, werde ich mal mit dem gehen. Im Normalfall, wenn ich bei einem nicht sicher bin und sich das andere auch nicht gut anhört, gehe ich mit dem, wo ich mir nicht sicher bin, weil das dann im Normalfall Übersetzungsfehler ist. Aber offen in den Raumgewand hört sich tatsächlich, tatsächlich gut an. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Obviously, there's a physical aspect, so often women will stand kind of looking at each other, but with their body turned out to make them more approachable, more visible. And also you can pay attention to their feet. If their feet point out towards the room, that's actually an indicator. And if they're very focused on each other, then they probably are less likely to want to be bothered in that moment. You learn something new every day. I must say, it's a bit weird, that it's bislang, at least, almost gar keinen Dialog gibt. And ständig diese Musik, I hope instantly, this video will be able to achieve. Und nicht, dass es instant von YouTube wegen der Musik geklemmt wird. Und nee, nee, das darfst du nicht. Und ich meine, nächsten Strike, nachdem ich letztes Jahr schon mit Hunipop das eine Video nicht ganz richtig zensiert habe, meinen zweiten Strike auf dem Kanal kriege. Aber naja. Um noch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, richte deine Kleider und Haare zurecht. Okay. Twerke deinen Freund an. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler und soll Freundin. Weil deinen Freund würde ja implizieren, dass wir hier mit irgendeinem Mann hingekommen sind. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Singe laut. Schreie Feuer, Feuer um die Tanzfläche, um auf der Konkurrenz die Tanz... Äh, was? Um auf der Tanzfläche die Konkurrenz auszuschalten. Ich glaube, damit vertreibt man aber auch alle Kerle. Also, weil die wollen jetzt auch nicht unbedingt verbrennen. Ist zumindest... Oder soll das sein, ein richtiger Mann wird sich dem Feuer Angesicht zu Angesicht entgegenstellen? Äh, wer auch immer das glaubt, ist, glaube ich, nicht ganz richtig im Kopf. Äh, oh, es gibt hier wieder mal... Geil, es gibt hier wieder mal drei falsche Antworten. Was für mich natürlich im Endeffekt die richtige Antwort deutlich leichter macht. Aber, äh, ich will einfach mal schauen, wie das ausschaut. Weil ich glaube, sie kann relativ gut physische Comedy vermitteln, wie wir es schon mitbekommen haben. Und ich will das einfach sehen. Und es wird sie meinen. Also, ich will mein Freund Ding. Ich will das einfach mal schauen, wie es schon mal drauf dran ist. Charlotte, I think we need the female point of view on this one because, I don't know, do you twerk on your friends, your female friends? I don't, surprisingly, I don't know. Just stick to strangers when you twerk. To be fair, there isn't much twerking going on. You want to try now, Charlotte? No, I'm all right, I think I'll pass. All right. Ja, also, es war erstens ein Übersetzungsfehler und zweitens war es der Freundin auch, glaube ich, nicht so ganz angenehm, weil die sich vielleicht auch was von dem Abend erhofft hat und das wahrscheinlich mit diesem Move komplett den Bach runterging. Gut, und das, da bin ich jetzt echt gespannt, ob wir jetzt hier auch wieder Security-Typen sehen. Ich fände es übrigens schön, oder, wir haben ja schon einen gesehen, wenn der Security-Typ wieder der war, wie aus dem Strip-Club und der auch hier in den runden Sequenzen immer auftaucht, dass der quasi so eine Art Cameo in den ganzen Dingern hätte, aber offenbar nicht. Wobei, war das der andere von den beiden? Ich habe leider nicht geschaut. Wir werden es vielleicht wahrscheinlich jetzt eh mitbekommen, weil ich glaube, Feuer, Feuer schreien und es ist kein Feuer, wird dich jetzt nicht unbedingt zu der beliebtesten Person in dem Club machen. Feuer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Feuer! Go! 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 No! Nie! Nie! Oh mein Gott! Ja, oder es interessiert alternativ auch überhaupt keine Sau. Ich muss in den ganzen Sequenzen gerade übrigens, wo nur Musik zu sehen ist, ähm, mir gerade vorstellen, weil ich habe hier das Hintergrundwissen, dass wenn sowas gedreht wird, also wenn die hier shooten, dann ist die Musik natürlich während des Drehs nicht da, gerade wenn Dialog, wie gerade das mit dem Feuer, Feuer auch ist, dann ist es dort ruhig und die Leute müssen sich die Musik denken und ich möchte, würde sehr gerne sehen, wie die Leute einfach zu der vollkommenen, ich meine, ihr könnt das gerne, ich könnte gerne nochmal zurückspulen und bis zu der Stelle, wo sie Feuer, Feuer schreit, einfach muten das Video. So war der tatsächliche Dreh für die Leute, die da in diesem Club sind. Finde ich immer ganz lustig, weil es ist nur als kleiner Infodrop, es ist, weil ich habe ja auch Tontechnik studiert, es ist aus technischer Hinsicht für Ton sehr, sehr, sehr schlimm, um nicht zu sagen, fast unmöglich, wenn so laute Musik und dann noch Stimmen sind. Und das wird im Normalfall, wenn es auch nur irgendwie einigermaßen professionell abläuft, wird das nicht so gemacht. Da ist dann dort Ruhe, keine Musik und dann nur die Dialoge. Und die Musik kommt erst für uns Zuschauer dann in dem Fall jetzt hier später dazu. Ja, laut singen ist surprisingly auch eine nicht so tolle Antwort, aber so ein bisschen hier mit unseren Reizen-Geizen oder Reizen-Spielen. Wie auch immer, das ist die richtige Antwort. Und ja, das, glaube ich, hätte ich auch ohne diese hier Hilfe rausgefunden, dass das die einzig vernünftige Antwort ist. So, das ist die old-famuse Indicative Interesse, das, wie eine Admin-Toucht-Ein-Toucht-Ein-Toucht-Ein-Toucht-Ein-Toucht-Ein-Toucht-Ein-Toucht, But if it's excessive, or if it's right after you have eye contact, then it's probably a real one. And I think if they're flicking it off their skin, if they're trying to show more skin, is this a good one? I think so. Hi. Hi. Hey. How are you? Yeah, I'm really good. Good. What's your name? Louis. I'm Camille. Nice to meet you. Nice to meet you. So where are you from? From England. Oh, I'm from Israel. I've always wanted to go to Israel. Always. You're most welcome. Thank you. I really like your dress. Thanks. So, you look like a really nice girl. Yeah, I am. Can I have your number? Why? Why not? Here, put it in. Wie weis du ihn ab? Oh. Also, wir haben... Ich dachte, wir können jetzt anfangen mit dem flirten. Aber... Okay. Instant. Direkt die Klein. Äh, die Nye. Nicht die Klein. Ähm. Weise ihn Barsch zurück oder verwende Adam Lyons. Ach Gott. Wahrscheinlich wieder irgendein scheiß Pickup Artist, von dem keine Sau jemals was gehört hat. Unsichtbarer Tanzpartner Routine. Dass die übrigens immer Routinen heißen, finde ich so ein bisschen seltsam. Naja, okay. Ähm. Hier gibt's übrigens eine falsche und eine richtige Antwort. Das heißt, wir werden auf jeden Fall beide nehmen. Und lustigerweise ist tatsächlich wieder mal diese komische Pickup Routine nicht die falsche. Was ich seltsam finde. Can I have your number? Oh! So boring! Throw some bollocks! Look at you, look what you're dressed in! Do you really, really think? You can walk over here, looking like that, and that's my number, and have some bollocks! Hang on, Israeli, have you been a fucking army? Grow a bear! Ah! Fuck off! Is there anything wrong? Go. So the nice guy was just too nice, but he wasn't doing anything. I mean, sometimes a woman should be rude, right? I mean, if she's defending herself. When he's been very rude. Yeah? Or you can just walk away. Yeah, but in this case he was just a nice guy, so he didn't deserve to be crushed. No, absolutely not. Alles klar. Ich finde es übrigens, das habe ich gerade gar nicht erwähnt. Cool, dass wir jetzt für sie, für Louise, tatsächlich einen eigenen Namen haben. Was mich irgendwie schon wieder irgendwie hoffen lässt. Mit einem... War hier... Hat hier irgendwann mal ein Autor gesagt. Es kann sein, dass das George R. Martin war, als der Typ von der Game of Thrones die Bücher geschrieben hat. Äh, hier Song of Ice and Fire. Äh, hier Song of Ice and Fire. Ich finde es wirklich so, dass wenn eine Person oder eine Figur oder so einen Namen hat und wir sie vorher gesehen haben, macht es gleich hundertmal sympathischer. Also ich hoffe, wir werden Louise vielleicht für die ein oder andere von diesen Missionen noch sehen. So, und jetzt machen wir das korrekt, indem wir diese komische Routine anwenden. Wie gesagt, meine Hoffnung für die Menschheit schwindet. Can I give you a test? Sure. Yeah, it's just a test of your coordination. Yeah, why not? Phone in your pocket. This. Okay. Hands like this. And you're going to copy me. Okay, you go one, two, three, four. Really fast, up to ten. Okay. Try it. One, two, three. Okay, okay. Now you do it with your eyes closed. Keep them closed. Up to ten. Okay? Okay. Okay. Go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Cool. This is my friend Adam Lyons' move. He has a dating business called Psychology Hacker and YouTube channel and stuff. And we worked together, I don't know, about ten years ago in London. And he showed this really funny move and good way to get rid of a guy in this situation. But you could also use it as a man in a dating situation with a woman just to have a little bit of fun. Well, that got rid of it. Wow. That was fun. Wow. Wow. That's my friend there. I haven't seen him in ages. I haven't seen him in ages. Go, 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 go. Yeah. I'll be back. Okay? Don't you look stunning. Thank you. You're like a walking, talking fucking disco ball. Vielen Dank. Komm und zu Daddy. What might your name be, little girl? I'm Louise. Louise, nice to meet you. What's your name? It's Fraser Crenwell II. Oh, nice to meet you. Pleasure to meet you. Crenwell II. Is it a badge? Oh, you know, a couple of pheasants I shot this morning. Ten grams of Columbia's finest and four bottles of produce. It's for the owner, Jake Parkinson Roly-Poly. I know him, good friend of mine. What do you do for a living, Crenwell? What do you mean, a job? Yeah. Oh, darling, not work today in my life. It's family money. Okay. That was you could smile, saying. What the fuck, actually. Here we don't have the option to reject him. Like I said, my Hoffnung for the Menschheit sinkt langsam. Or it goes in the back, it would be better. All right. Okay, we have here a false answer. What? Aber zuerst. Gib vor, zur Oberklasse zu gehören. Sage mir, kann alles mit dir machen, sexuell. Fang an, ihn sexuell zu berühren. Wie gesagt, dass wir jetzt auf den Typen eingehen und auf den vorher nicht, lässt mich an der Menschheit verzweifeln. Weil meiner Ansicht nach ist der Typ so ziemlich das, äh, nicht Epizentrum, wie sagt man dazu nochmal hier der, das Paradebeispiel für einfach nen creepy old dude, der einfach nur reich ist, aber sonst wahrscheinlich irgendwie. wie ich mein, der hat tote Fasane in einer Tasche dabei. Wie mehr, viel mehr creepy willst du sein, als tote Vögel mit dir in Clubs rumzuschleppen? Ich weiß nicht, soll er mit nem toten Elch ankommen, bevor er creepy wirkt, oder was? Äh, ja. Genug gerantet. Äh, wir, wir schauen uns erstmal was Lustiges an nach dem Rant. Ich bin durch iPhone. Ja. Das stimmt, bin ich. Ich bin für bypass Ich. So,' ich muss deshalb sein, was ich richtig, IM NIEhen! numerator und verabschiedet. Na, das stimmt! Hallo. Ich weiß, was ich nicht? Ich weiß, was ich nicht? Ich bin mir über. Du kannst mich aufziehen. Du kannst mich aufziehen, du kannst mich in Kreme und es wird warm. Du kannst es fern, du kannst. Du kannst mich auf. Du kannst mich auf. Du kannst mich auf. Ich muss ehrlich sein, das ist etwas für mich. Ich bin ein bisschen aufgerissen. Ich bin ein bisschen aufgerissen. Ich bin ein bisschen aufgerissen mit Jake. Nein, 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 nein. All the best, okay? Bye-bye. All the best. Wait. Nothing wrong with the cheese. So, Charlotte, this cheese thing confused me a bit because is cheese fermented? I have absolutely no idea. It's pasteurised and Right. Kind of aged a bit, right? I've never... I'm not sure I've ever heard of fermented cheese. No. And as a romancing technique either, it's new to me. What's your favourite cheese? I like all cheeses. How about you? I like mozzarella buffalo and I like brie, camembert, those kind of nice creamy cheeses. Soft and creamy, just like me. But no fermented ones. As far as I know. Unless they all are. But I don't think they are. Okay, ähm, darf ich nochmal sagen, Little Winky has gone off course. Der Typ ist nicht creepy, oder was? Okay, ähm, damit ist die falsche raus. Fang an, ihn sexuell zu berühren. Gib vor, zur Oberklasse zu gehören. Hm. Gefühlt ist es noch zu früh für sowas. Aber was vorgeben ist halt auch nicht so. Ober nice. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich... Ich... Würde sagen... Ich... Das Problem ist, ich kann hier nicht auf eine Taste drücken und der scrollt hier durch. Das würde ich sagen, ich drücke einfach irgendwie häufig die Runter- oder Hochtaste und... Irgendwann bin ich schon an der richtigen Antwort. Und die nehme ich, aber... Ich würde sagen, wir geben vor, zur Oberklasse zu gehören, weil... Fang an, ihn sexuell zu berühren, hört sich halt wirklich... ...wirklich noch zu früh an. Oh... 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 Okay... Right. Ja, du hast... 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 ...ein nach... ... in der royal box mit delivered, about hereinец Harry... ... sitting года Max Harry... Du bist ¡MTwPJ'! You are joking. You know Harry. Ja... ...wann Schuotte with der baston jetzt am quegen? He's an awful shot. I tornar... ... du... Cheers. Shares'n CelebratorName. Anna Soherhao's. Sheers. Well done, you got the right option. Cheers. Cheers. So, tell me, my darling, what would your idea of romance be? Well, I suppose, um, fine dining, nice holidays abroad, the odd, really expensive gift here and there. Really? Nice. Just casual little things. So, where do you like to holiday in particular? Oh, you know, low-key places like Mauritius, Spatel. Are you a fan of Milan? Milan, yeah, sure, I like Milan. Yeah, I like all places that are quite fashionable, you know. You know what, darling, I don't mind saying this. I'm becoming terribly fond of you. Okay, also das hier ist hier. Also, am Anfang habe ich gedacht, das könnte sehr, sehr, sehr cool werden, aber aktuell ist es eher seltsam als cool. Vor allen Dingen, weil der Typ strange ist. Na ja, mach den klassischen Kopfnuss-Tanz mit ihm. Das hört sich schon mal, das hört sich an. Schlag vor euch, wann anders auf ein Date zu treffen. Geh mit ihm auf ne, was, was, geh mit ihm auf ne schnelle Nummer aufs Klo. Äh, ja. Es gibt hier tatsächlich, oh, es gibt hier eine falsche Antwort. Und es ist nicht Antwort C. Ja, ich würde sagen, das wird sicher schmerzhaft. Für ihn und für uns vielleicht auch. Wie fühle ich dich? Und wie fühle ich dich? Wie fühle ich dich? A little dance? Oh, come on, wir sind in der Club. Du kannst danceen, nein? Oh, wenn ich muss, ja. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich, man kann danceen. Oh, es ist nackend. Oh. Oh, show me some moves, show me some moves, yeah, yeah, oh, that's it, yeah, game, 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 feel the beat, feel the beat, oh, don't, no, 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 he was being really creepy. Siri, call me an ambulance, darling. Well done, you're in trouble now. Yeah. Hm. Meiner Ansicht nach hätte das auch die richtige Antwort sein können, aber das ist einfach nur meine Meinung. Gut, ähm, dadurch, dass das hier tatsächlich nicht eine falsche Antwort ist, schätze ich mal, dass das zumindest eine von den gelben Antworten ist, deswegen, weil ich meine, gehen mit ihm doch schon eine schnelle Nummer aufs Klo, hört sich nicht nach was an, auch wenn der ein Creep ist, das in dem Fall funktionieren würde, deswegen schlage ich vor, euch wann anders auf ein Date zu treffen, eine ähnliche Option hat in einer anderen, Ah, war das nicht sogar letztes Mal mit dem Strip-Club am Ende? Egal, das hat auf jeden Fall schon irgendwann anders mal funktioniert in dem Spiel, also, warum nicht nochmal? Well, I'm really glad you like me, I'm, I, I like you too, but I, I'd like to get to know you better. Well, how about we finish these and I'll take you for a 14-course taster menu at Le Trevignon. Well, that would be wonderful, and I would, but I'm a lady, and I like to say no more, I could not respect that more, and I do pride myself on being a gentleman, take my details, and don't be bandying this around, because I'm an eligible bachelor, okay? It says, look, eligible bachelor, yeah. Oh, great, thank you. You'll be sure to call me, won't you? Yes, I will. My love, it has been an honour, a privilege, and a pleasure, and I bid you adieu. Au revoir. Nice one, that's the right option, because obviously this kind of guy would be better, you know, to go on a date later, or take her to a super fancy restaurant, and wine and dine her, and he can be, you know, maybe he'll even take her shopping, and take her to watch the polo or something. So, hi, did you chat any guys while I was away? Hmm, well, yeah. Nothing? Are there any guys that you really like here? Anyone else? What about that guy? His handsome looks like a model? Hmm, okay. Also, erstens bin ich jetzt grad froh, dass der Typ weg ist. Und zweitens, muss ich sagen, ich hab das mit dem Polo nicht verstanden. Ich denk die ganze Zeit an VW Polo. Oder Polohemden, aber es wird beides keinen Sinn machen. Ich versteh nicht, was die meinen, dass die Polo anschauen. Ah, nee, moit. Heißt das? Nee. Gibt's denn einen Sport, der Polo heißt? In meinem hintersten Gedankenwinkel gibt es vielleicht einen Sport, der Polo heißt. Aber es könnte auch sein, dass ich das mit hier Pol Billiard oder so verwechseln oder so. Oder Paul Bunyan. Wie dem auch sei. Vollkommen wurscht. Ähm, der Typ, äh, okay. Okay, ich seh gerade, weil das ist hier immer noch so nach Seiten und wir sind jetzt hier auf der nächsten Seite. Es gibt hier jetzt ein paar hintereinander Auswahlmöglichkeiten, wo es immer nur okay Ich glaube, wir können uns jetzt einigen Typen auswählen und es gibt falsche und richtige Antworten. Weil, das verwirrt mich jetzt. Sie hat uns gefragt, ob wir den wollen oder den ansprechen wollen und die falsche Antwort ist jetzt Ja. Ich nehm jetzt mal Ja. Oh, yeah, baby. You'll do. Good luck. Das hat sich gerade sehr noch aus den Powers angehört. Okay, yeah, so the broody model guy is probably not the best choice here, is he? No, not the most approachable. You have das auch gehört, wie sie gesagt hat, yeah, baby oder so. Also wie aus den Powers halt wirklich aus dem Gesicht geschnitten oder aus der Stimme in dem Fall. Ja, also der nicht. He looks too vain with the upper zone ass. No. Thanks, sir. Cool. That's the right option and, you know, it's funny, the difference in the way women and men approach things. So, men obviously are very visual like we know but women often wouldn't be attracted to that kind of model-looking guy and especially in this situation where he looks boring and bored. I suppose on paper women might think they're attracted to model-looking guys on paper but for me it's definitely about the spark and the chemistry and the personality when you get there and if they're looking boring I don't want to waste my time. There's also a theory that if the guy is less attractive he's willing to kind of go that extra mile in the bedroom and the model guy would just be like I've got an amazing body and I don't really need to do much. Okay, I never knew this. What about that guy? Looks funny. Okay. Also ich kann euch jetzt schon mal spoilern dass der Typ auch schon nicht korrekt ist aber ich verstehe noch nicht ganz was gegen den ausspricht. wir machen trotzdem mal hier die falsche Antwort. The really drunk guy. Oh. Drunk's good. He'll be easy and I can have my wicked brain in him. I didn't think he was drunk. Drunk guy is not good here, yeah? Not in this particular situation for her what she wants to get out of the situation. Alkohol. Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht bemerkt vorher also bis zu dem Punkt noch nicht bemerkt dass er besoffen war deswegen habe ich mich echt gefragt was gegen den spricht und ich muss sagen hier Luis ist echt eine Mischung aus Richard und aus den Powers. Das war. Ja. Das ist so drunk he kann't even stand up straight. Das ist so sick all over me. Ich kann mich nicht mehr schweißen. Nein. Sorry. Ja, das ist die richtige Option. Der Drunk-Guy ist nicht gut für viele Reasons. Ja, ich denke, das ist klar. Oh, das ist so schön. Sweetie. Right? Okay, äh, Moment. Scheiße. Dammit! Jetzt habe ich hier so... Es kommen nämlich noch ein oder zwei und ich sage deshalb ein oder zwei, weil es jetzt hier ein paar Entscheidungen hintereinander gibt, die alle immer nur eine, zwei Entscheidungen haben und manchmal ist eine Ja und manchmal ist eine Nein richtig und falsch. Beziehungsweise falsch sehe ich halt. Moment, bei welcher Nummer sind wir denn jetzt? Scheiße! Wenn es hier so ein paar Entscheidungen hintereinander gibt, die quasi dasselbe oder ähnlich sind, funktioniert mein System nicht mehr so ganz. Ähm, wir haben am Anfang den... Den Typen gehabt, dann den... Ich glaube, den wollen wir auch noch nicht. Egal, ich sage einfach Ja und zur Not ist es halt richtig. Ich sage jetzt einfach immer Ja, bis es richtig ist. Ja! Ja, es ist! Ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja, ja! So cute! Ja, ja, ja! Oh, mein Gott! Mein Mann würde ihn lieben! Oh, ja! Und er sieht so gut in einem Gimp Mask und ich würde ihn und ihn schnappen! Immer! Are you serious? Sorry! It's the wrong choice if you want to get laid. Exactly. Because he's too nice. Okay, also der war auch falsch. Also, wie gesagt, ich habe inzwischen nicht... Ich mache jetzt einfach immer Ja, irgendwann wird es schon richtig sein. Dann sehen wir dort halt nicht die falsche Antwort. Right! Ja! Für mich! Für mich! Für mich! Für mich! Für mich! Für mich! Und wir können ihn für breakfast! So he würden nicht 5 Minuten! No! Ja, das ist die richtige option. Und, you know, shy guys out there often miss the opportunities. I've been out lots of times with clients that want to improve their dating skills. And they will often be talking to a woman, everything's going great. And then they get her number and leave. And they say she was a bit cold in the end. And I said, well obviously she at least wanted to kiss you. And she was kind of sending all those signals. But they just didn't pick up on it? They missed it, yeah. So the nice guy finishes last in that case. Oh! Das ist ja cool! Das ist Richard! Das ist ja nice! Alright! Und das müsste von den Nummern auch hinkommen, dass jetzt offenbar die falsche Antwort zum ersten Mal Nein ist. Aber ich werde sie trotzdem nehmen. Also ein bisschen! Das sweet! Man Eddy analysts an onion! Ich lbeעל mich die Advisorypläne! Dannlar's张 Montag. portionsikan! Ihr wisst nur glaube ich, dass ich in Hicors Deutsch länge gehe. Ihr wisst als mitt. Na dann, hier ist die beste Option für Sie. Nein! Die Pochte ist einfacher! Das ist entsche��면st. Wie er selbstverliebt in dem Fall ist, obwohl das ist glaube ich die erste hier Red Room Szene wo Szene, wo wir Richard wirklich glücklich erlebt haben Er ist gut-looking, er ist sociable und der richtigen von crazy So Ja, perfekt Ich werde das Ich habe das Okay, Spaß Uber-Time So Boom, there you go Obviously the right decision Obviously I'm the man for the job Yeah? Apparently so Mhm Hey 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 How you doing? Yeah, I'm good I saw you with that guy Cranwell, whatever he is Poschnob, you know? Oh, he's just a friend There's such funny rumours about that guy that you can't get it up You sell it anyway I'm saying too much I wouldn't know But look, correct me if I'm wrong We check the meow earlier Okay Also, scheint Richard der richtige Mann für den Job zu sein Charlotte war auch nicht so ganz überzeugt Roll mit den Augen und sagt Toller Spruch, Arschloch Hältst du mich etwa für doof? Schau, ob ihm Was? Schau, ob ihm klatschen und kitzeln gefällt Okay Lache und sage vielleicht Okay Ich Ich schau jetzt nicht auf mein Ding Auf meine Komplettlösung Aber Ich bin mir jetzt schon sicher Dass das unterste Definitiv keine falsche Antwort ist Was von den beiden obern? Äh, ich glaube das hier ist falsch Aber ich schau sie jetzt halber nach Ach ne, tatsächlich ist das nun die einzige falsche Antwort Ich dachte schon, vielleicht sind beide hier oben falsch Aber klatschen und kitzeln Auf englisch heißt es hier slap and tickle Ich verstehe nicht, was da dann so schlimm sein soll Aber Vielleicht ist Richard einfach nur sehr kitzelig Ja, ich war nach dem Ja, ich dachte nur so Ja, ihr seid gleich tight Ja, ihr seid schon sicher All right Good zu hören Ich meine Delle ein bisschen Ja, ja Ja, ja Ja, du bist die Ja, du bist die Ja, du bist das? Ja, aber Das war total diabolisch. Absolut verurteilt. Oh, und jetzt, wo Richard auf dem anderen Ende hier ist, sitzt er auch nicht mehr bei den Typen, sondern jetzt thront er wieder. Wenn man es so sagen kann. Interessant. Alright. Dadurch, dass es nur die beiden Optionen, also dass das die einzige rote Option war, schätze ich mal, dass das die richtige Antwort sein wird. Aber dass das eine neutrale Antwort ist, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Maybe, but you obviously noticed me, too. Maybe is good enough for me. And yeah, of course I noticed you. Do you know why? You hold that strong, confident eye contact. And I like a confident woman. Nice one. That's the right option. It's kind of the right middle ground. It's a little bit playful. You know, I really like your style. Sag ihm, du bist noch Jungfrau. Sag ihm nach drei, frag ihm nach drei Eigenschaften, die er hat. Ich habe gerade kurz gelesen, sag ihm drei Errungenschaften. Und ich denke mir schon, okay, in welche Richtung geht das denn bitteschön jetzt? Ähm, okay, es gibt mal wieder nur eine falsche Antwort. Okay. Und lustigerweise ist es wieder nicht diese, wo ich mir schon am Anfang, wo ich sie gelesen habe, habe mir schon gedacht, okay, das wird eine rote Antwort sein. Ist es nicht, sondern das hier. Ich meine, ja, es ist sehr viel zu früh, um das jetzt einfach so normal zu sagen, dass es richtig wäre, aber ja, trotzdem, dass das keine rote Antwort ist, schockiert mich fast ein bisschen. Das ist all right, don't worry. Ich habe nie erlebt mit jemanden vorher. Was ihr habt, ihr habt nicht getan, wie anal? No, no, ich bin ein virgin. An anal virgin. Well, everything virgin, aber ich bin wirklich up für anal an der ersten Zeit. Ich habe wirklich gedacht, es ist wirklich lang und hart. Und, um, ich liebe anal. Listen, listen, look. Ich habe keine Ahnung, ich habe ich meine Grüße. Ich habe nicht zu haben, ich habe Freunde. Ich bin wirklich up für das. Ich bin ein Honest Ich, ich habe nur ums einen Honest, ich habe, ich komme zu Ihnen, Ich denke, du bist eine Schlag oder eine Schluck oder eine Schlug. Ich weiß nicht, aber ich wünsche dir viel Glück. Aber ich werde nicht das erste Mal sein, all right? Bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht wirklich ein virgin. So, um, I guess she did that because, you know, she thinks men would prefer her if she's less experienced than a virgin. Right. Lying again. Yeah, lying and not very believable. No. Okay. Und vor allen Dingen, wie gesagt, meiner Ansicht nach, einfach much too early. Okay. Und ich schätze mal von den verbleibenden beiden wird wahrscheinlich nicht so toll sein, dass... Wir haben schon mit viel Schlimmung und alles mit dir geschlafen. Sondern eher drei Eigenschaften. Weil ich bilde mir ein, auch das hat Richard mit hier bei diesem Posch Lady vs. Supermodel schon einmal gemacht. So, Richard, um, quick question. Can you give me three qualities that separate you from all the other club guys out there? Yeah? Yeah. You know, that's the question I normally ask girls. So we've got that in common, but let me think. Well, I'm actually honest, sometimes too honest. I'm quite kind, mostly to strangers though. And I'm decisive. When I like something, I get it. I bet you do. Cool. That's the right option. It's a little bit of a challenge. And yeah, having fun in this situation is totally cool. And it might give him an opportunity to ask her three qualities as well. Mhm. And then you should have a good response ready. That goes for basically any question you ask, right? Yeah. You need to have your response ready. You can't go, uh, I dunno. Really, can you? I dunno, it's quite cute. Well, you know. Okay, that's a little bit strange, but as I said, she is a mixture of Richard. Also, dass die beiden gut Chemistrien... Ich mein, gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Wie geht der alte Spruch? Schau, ob er dir ne Flasche Shampoos ausgibt. Zeig ihm deine Catwoman Par... Achso, ja. Ich hab grad irgendwie nicht Catwoman gelesen, sondern ne, was anders. Äh, zeig ihm deine Catwoman Parodie, oder... Wie oft kannst du in einer Nacht? Ähm... Mal wieder... Ist wie oft kannst du in einer Nacht nicht die einzige falsche Antwort, die es hier gibt? Was mich schon wieder... Diese Mission lässt mich so ein bisschen den Glauben in die Menschheit und an das Gute im Menschen so ein bisschen... ...verzweifeln. Meine Seelchen schrumpfen. Und jetzt Zeit für Catwoman Parodie. Die sind sie mit dem Film-Präsidenten. Ich liebe die Marvel-Movien, ja. Oh, so du möchtest Catwoman? Er, sie ist DC, ich denke, mit Batman, aber... Ja, ja, ja. Aber alle Leute lieben Catwoman, richtig? Sie ist wirklich sexy, ja. Ja, ich bin glücklich, dass du das gesagt hast. Ich mache die besten Catwoman impression. Ja, ja, ja. Ja, gib es mir. Ah. 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 twenty-uit каз aquesta. Ah da... Peter alright? Ach, das richtig kann ich ganz sofour. Engelge... Hm, das echt Savuken. Moment mal kurz, enferme dir meine Batman das Version. komm mal zurück. Wases das? Wir denn嗎? Wir dritten! Das war echt gut! it's in now after that are you going to do it again Ja, das wäre es eine gute Catwoman-Parodie gewesen und tatsächlich eine Parodie und nicht einfach nur so überzogen strange. Wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich schätze erneut, dadurch, dass das schon keine falsche Antwort ist, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn wir uns eine Flasche Shampoos ausgeben lassen. Ja, aber ich möchte etwas besser, vielleicht eine Bottle von Champagne. Eine Bottle? Sure, warum nicht? Lassen, darlin'. Finish your drink, und ich werde wirst du in eine Minute, von all diesem Dänzen, und wir können auch ein Drink von etwas, aber wahrscheinlich nicht Champagne. Ja, das ist die richtige Option, und in dieser Situation, eine Frau ist Testung. So, sie might tease ihm und sie might even give these quite strong teases. Sie might be overtly sexual. Und die whole point of all of that, ist, ob er kann es, ob er kann es, dann ist er nicht der Mann für sie in dieser Situation. Richard, ich weiß nicht, was Ihre Preconsektion von mir ist, aber ich fühle mich nicht normalerweise nicht wie das. Ja, was du fühle mich? Das ist meine Dark Side. Ich bin intelligent als auch. All right. Ich mache meine Master's in Forensik Psychology. Wow. Ja. Ich habe gerade übrigens zum ersten Mal wirklich auf die Uhr geschaut und gesehen, dass wir schon knapp eine Stunde Folge haben. Aber es gibt ja jetzt nur mehr, sehe ich gerade auf der letzten Seite, nur mehr drei Antworten, beziehungsweise drei Choices, mit jeweils auch nur einer falschen. Was heißt, wir... Die letzten zwei mit dem Stripclub waren dafür, glaube ich, nur 40 Minuten oder was lang. Also heute wird es ein bisschen länger. Vergewissere dich, dass er keine Geschlechtskrankheiten hat. Zeig ihm, was... Zieh ihn wegen seines Handys auf. Okay. Ähm... Okay, meine... Meine Hoffnung für die Menschheit wird zumindest nicht komplett zerstört. Vergewissere dich, dass er keine Geschlechtskrankheiten hat. Ist in diesem Fall die falsche Option. Gott sei es gedankt. Okay. 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 Okay, okay. But gonorrhea. Shit. Listen. And chlamydia is rich. Yeah, yeah, yeah. Listen, I'm happy with you. I'm just going to go get a drink. Okay, okay, okay. In another bar. Check if it's a fresh straw, because of herpes. Richard ist nicht glücklich, dass er das ausbaden muss. Er zieht ihn wegen seines Handys auf. Bin gespannt. Es ist vielleicht so ein Klapp-Handy und sie macht sich deswegen überhin lustig. Ich würde sagen, wir schauen es uns an. Sie haben nicht gesagt, dass du ein Antiques-Dealer hast. Ich bin nicht, was du meinst? Du bist so old. Du hast mich auf das. Aber ich werde dich wiederholen. Oh. Trust me. Cool, das ist die richtige Antwort. Es ist eine gute Teese. Eine Frau hat das zu mir einmal in realen Leben, in der Club. Und ich dachte, das ist eigentlich ziemlich lustig. Sie fragt mich, ob ich mein Telefon war Winston Churchill's Pocket Watch. Und ich dachte, das ist gut, du hast mich da. Du hast es gut, denn du kannst dich auf deinem Telefon spielen. Das ist gut, denn du kannst du auf deinem Telefon spielen. Even Snake 2, ja. Snake 2. Boom. Du bist so schnell. Du hast nicht so lange. Du bist so schnell. Du bist so eine Frau. Du bist so schön. Du bist so schön. Okay, mach ihm ein Kompliment wegen seiner schönen kleinen Hände. Okay, also mach ihm ein Kompliment wegen seiner schönen, da bis dahin war es noch gut. Mit kleinen Händen hört sich irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, weiß noch nicht. Sag ihm, dass du gleich noch ein Date hast, wenn das schon wieder nicht die falsche Option ist. Verhalte dich unanständig, wenn das schon wieder nicht die falsche Option ist. Aber ihr habt selber, ich hab vorher selber gesagt, es gibt jetzt nur mehr jeweils eine falsche Option. Und die falsche Option ist, ja, ähm, verhalte dich unanständig. Das heißt, das mit dem Date ist keine falsche, also wirklich ganz falsche Option. Hm? Ich liebe ein Komplimenter Mann, ihr wisst. Ich meine, was du willst mit mir machen? Ich weiß nicht, du sagst mir. Ich weiß nicht, 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 aber ich kann erst mal mit ein bisschen... Das ist gut, aber es ist gut, aber es ist gut, aber es ist gut, aber es ist gut für jetzt. No, no. No! 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 It's going with you! Oi! Harassment! Help! Help! Woah! Das ist das, was du bekommst. Lütige Verhältnisse. Und dann aus der Bar. Ja. Okay, also... Ja. Ja, sag ihm, dass du noch ein Date hast. Aber ich schätze mal, es muss eigentlich zumindest die gelbe Option sein. Also, auch wenn das hier schönen kleinen Hände irgendwie so ein bisschen abwerten klingt. Aber es kann auch niemals richtig sein, sag ihm, dass du gleich noch ein Date hast. Es kann nicht richtig sein. Vor allen Dingen, unser Ziel ist es, flachgelegt zu werden. Also, das kann nicht richtig sein. Ja, mach ein Kompliment. Ja, ich habe eine sehr schöne Hände für einen Mann. All right, danke. Sie sind wirklich soft. Sie sind wirklich lovely. Ja, ich habe das Hand Lotion. Also, das ist die richtige Wahl. Was planst du für den weekenden? Ich werde gerne mal sehen, meine Familie und ja, relax. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich habe Arbeit an Saturday, aber am Tag, ich muss mich auf jeden Fall haben. Also, ich werde mal ein Massage oder so. Vielleicht. Vielleicht werde ich ein Massage machen. Das ist eine gute Idee. Wenn es eine gute Idee ist? Oh, hey Mann. Wie geht's? Wie geht's? Oh, okay, in Ordnung. Greif ihn an, weil er mit Drogen dealt. Okay. Hat der ihm gerade echt Drogen gegeben? Oder? Okay, also, es ist hier die letzte Entscheidung. Und. Ich will unbedingt sehen, was passiert. Greif ihn an, weil er mit Drogen dealt. Ich habe ihn an, weil er mit Drogen dealt. I'm not a drug dealer, everyone. You're a drug dealer. I'm not a drug dealer. Dealer! Not a drug dealer. I've got antihistamine, if anyone wants something. Hay fever. You got hay fever? Yeah? Okay, I mean in this one she just wanted to get laid and she could have found out why I had all the drugs, right? So. Yeah, da fragt sich grad jeder Warum ist das nicht die richtige Option? Und wie wir dann zu der anderen hingegangen ist. Hey Baby, hast du Heuschnupfen? Ja, ist gut. Okay, in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut heißen kann, falls Richard ihm wirklich Drogen gegeben hat, aber wir haben eh keinen anderen gewalt. Ich wollte dich zurück zu meinen, aber du bist ein Drog dealer. Du weißt, was? Es geht gar nicht. Warte, 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 warte. Dieser Mann hat sehr, sehr hay fever. Er könnte jeden Moment sterben. Also, er ist nur extra strength, extra, extra, extra strength antihistamine. All right, cool. All right, let's get out of here. Do you have any fever? Nein, nein, never. Excellent. That's the right option. Ja, und damit sind wir durch. Richtige Entscheidung, 100%. Leck mich. Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich 5... Oh, wow. Es startet auch hier laut Spiel bei Frage 2. Das heißt, das ist gar nicht wirklich falsch hier in meiner Komplettlösung. Es ist hier nur offenbar falsch nummeriert und es gibt auch keine Frage 10. Weird. Aber wir haben alle Entscheidungen richtig getroffen. Ich muss aber auch sagen, viele der Sachen waren deutlich, deutlich einfacher zu sehen als bisherige. Also, das war wirklich im Vergleich sau, sau leicht im Vergleich zu manchen anderen Missionen. Aber ja, damit würde ich sagen, war halt ein bisschen längerer Part. Nächstes Mal geht's dann weiter mit Kapitel 7, Comedy Intermezzo. Offenbar so eine Art Stand-Up-Comedy-Club. Oder was in die Richtung. Und wir sind immer noch nur circa bei der Hälfte, oder? Naja, wir haben 4... 5... 5 haben wir noch, 6 haben wir schon. Also ja, wir sind knapp über der Hälfte. Und ja, nächstes Mal würde ich sagen, geht's weiter mit dem Comedy Intermezzo. Und bis dahin sag ich, schönen Sonntag noch. Und tschüss, Leute! und bis dahin und bis dahin. Tschüss! Hm. Words. Warnbar so.